Qualifizierung mit TTS Microsoft Office 365 und Windows 10 Ihr Unternehmen führt eine neue Microsoft-Software ein? Ob Office 365 oder Office 2019, jetzt ist es an der Zeit, sich mit den neuen Programmen zu befassen. Natürlich möchten Sie wissen, was sich für Sie verändert und vor allem verbessert hat. Da sind die TTS-Lernprogramme genau das Richtige für Sie. Hier erfahren Sie nicht, wie Sie in Office Dokumente speichern oder drucken, denn das wissen Sie ja schon längst. Hier lernen Sie, welche hilfreichen Neuerungen es gibt und wie Sie diese sinnvoll in Ihrem Arbeitsalltag einsetzen. Steigen Sie zusätzlich auf Windows 10 um? Auch darauf bereiten Sie die Lernprogramme vor. Wussten Sie, dass Sie mit virtuellen Desktops Ihren Arbeitsplatz optimal organisieren können? Haben Sie schon vom Infocenter gehört, mit dem Sie alle Kalendereinträge, Termine und Statusmeldungen auf Ihrem Desktop angezeigt bekommen? Das Lernprogramm verrät Ihnen mindestens zwölf neue Windows-Funktionen, die Sie unbedingt beherrschen sollten. In kurzen Einheiten lernen Sie, wie Sie die wichtigen Funktionen ganz praktisch in typischen Arbeitssituationen einsetzen können. Vielleicht sind für Sie besonders die Anwendungen interessant, die Ihnen die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen vereinfachen. Dann üben Sie, die kollaborativen Tools wie Skype, SharePoint und OneNote effektiv in Ihrer Bürokommunikation einzusetzen. Wenn Sie sich schon immer eine zentrale Stelle für die gemeinsame Arbeit mit Ihren Kollegen gewünscht haben, sollten Sie Teams kennenlernen. Ein Werkzeug, das Schnittstellen zu OneDrive, Outlook und SharePoint beinhaltet. Lernen Sie, wie Sie dort Gruppen erstellen, Besprechungen planen und kommunizieren. Um Ihre Teamarbeit dann optimal zu organisieren, hilft Ihnen Planner. Behalten Sie den Überblick über Ihre Projekte und lassen Sie sich den Arbeitsfortschritt Ihrer Teamkollegen in Grafiken anzeigen. Lieben Sie Zahlen? Dann lassen Sie sich von Excel Power Query beeindrucken. Kritzeln Sie gerne? Mit den neuen PowerPoint-Freihand-Tools können Sie Ihre Präsentationen endlich auch manuell verschönern. Wenn Sie die Darstellung Ihrer Texte optimieren möchten, finden Sie mit den neuen Lerntools die wichtigsten Funktionen in einer Ansicht zusammengefasst. Und falls Sie es einmal ganz genau wissen wollen, die officeübergreifenden, intelligenten Funktionen sind stets zur Stelle. Jede Lerneinheit beginnt mit einer Aufgabe aus dem ganz normalen Arbeitsalltag. Die Zusammenarbeit mit den lieben Kollegen, das Chaos im papierlosen Büro, vieles wird Ihnen bekannt vorkommen. Ihr persönlicher Trainer führt Sie durch die täuschend echte Software-Simulation. Führen Sie die einzelnen Bedienschritte aus, als befänden Sie sich in der echten Anwendung und meistern Sie so die im Fallbeispiel beschriebene Aufgabe. Abgerundet wird jede Lerneinheit durch eine Quizfrage und die Zusammenfassung der wichtigsten Themen. Und selbstverständlich können Sie sämtliche Inhalte auch ausdrucken. Bei Ihrer täglichen Arbeit unterstützen Sie der Quick Access und die Guides. Und zwar genau dann, wenn Sie gerade nicht weiter wissen. Das ist vor allem bei selten genutzten Funktionen sehr hilfreich. Ein Beispiel. Sie haben eine neue Berufsbezeichnung und möchten in Outlook Ihre Signatur aktualisieren. Das machen Sie nicht jeden Tag. Wo war doch gleich die passende Funktion? Die Orange unten rechts auf Ihrem Bildschirm erkennt, in welcher Anwendung Sie sich gerade befinden. Ist die Sync-Funktion aktiviert, werden Ihnen kontextsensitiv die passenden Hilfedokumente angezeigt. Alternativ können Sie auch einen Suchbegriff eingeben. Die TT-Guides leiten Sie Klick für Klick durch Ihre Bearbeitung. Über 1100 Guides für Microsoft Office und Windows 10 helfen Ihnen bei fast jedem erdenklichen Problem weiter und führen Sie zum Ziel. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lernen und der Arbeit mit Microsoft Office. Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lernen und der Arbeit mit Microsoft Office.